Wenn wir ganz kurz nur die vier Aussagen von Abu Hanifa bis Imam Malik, Imam Shafi'i und Imam Ahmad, damit ihr Ruhe im Herzen habt, ich mache das nicht für die Ahbahis, außer für diejenigen, die noch ihre Herzen nicht ganz, deren Herzen noch nicht ganz abgestorben sind, sondern wirklich für diejenigen, die nach der Wahrheit suchen. Abu Hanifa, Rahim Allah, und ich mache das schnell. Kaale Abu Mutti'a, Fikitaab Al-Fiqh Al-Akbar. Abu Mutti'a sagte, Er fragte eines Tages, Abu Mutti'a, Abu Hanifa, Er sagte, was ist mit einer Person, der nicht weiß, ob Allah sein Herr im Himmel oder auf der Erde ist. Dann sagte Abu Hanifa, Dieser ist ein Kafir. Jetzt schau, Beweis von Abu Hanifa. Weil Allah, subhanahu wa ta'ala, sagt, der Al-Abarma hat sich über dem Thron erhoben. Höre zu, was Abu Hanifa sagt, Und der Thron ist über den sieben Himmel. Dann sagte Abu Mutti'a weiter, Aber wenn einer sagt, okay, Allah hat sich über dem Thron erhoben, aber er weiß nicht, ist der Thron über den Himmel oder ist er auf der Erde. Dann sagte Abu Hanifa, Wenn er behauptet, oder wenn er behauptet, ja, dass, wenn er verleugnet, wenn er verleugnet, dass der Thron, wo ist, über dem Himmel, dann ist er ein Kafir. Das heißt, er muss auch wissen, wo der Thron ist, nicht auf der Erde. Er ist über den Himmel. لأنه تعالى في أعلى إليين Weil Allah, subhanahu wa ta'ala, die höchste, wie nennt man das? Ja, die höchste Stellung, Allah hat. Schau mal, was Abu Hanifa sagt. وأنه يدعى من أعلى, لا من أسفل Allah, subhanahu wa ta'ala, wird nach oben hin gedient und nicht nach unten. Ich weiß nicht, wie ein Habashi Dua macht. So? Wir machen so. Weil wir wissen, Allah ist... Aber der Habashi, der weiß nicht, ob er nach Kleingeld sucht oder... Er guckt nach unten. Wo ist Allah, ya Habashi? Sag mal, deine Fitra, Fitra. Fitra, du nimmst ja sowieso die Beweise nicht an. Deine Fitra. Guckst du nach unten, wenn du an Allah, subhanahu wa ta'ala, denkst, Selbst deine Fitra ist gegen dich. Schäm dich. Imam Malik sagte, قال Malik, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah ist über den Himmel und sein Wissen ist überall. Nenn uns doch Malikia. Warum Wahabiyya ima? Mach mal ein bisschen so. Yani, shakkil. Nawa. Wechsel mal ein bisschen ab, damit dir der Begriff nicht so langweilig wird. Bei Abu Dawud überliefert und bei Ibn Abdul Bar in At-Tamheed. Schau, diese schöne Sache, subhanallah. Ja'far ibn Abdillah, er berichtet, kala, kunna inda Malik ibn Anasin, radiyallahu anfa, jaahu rajulun, faqal. Ja'far berichtet, dass sie einmal bei Iman Malik gewesen sind. So kam ein Mann zu Iman Malik und sagte, ya Aba Abdillah, ar-Rahmanu ala al-Arshi sawa keifas tawa. Er sagte, Allah, subhanahu wa ta'ala, hat sich doch über dem Thron erhoben. Wie hat Allah sich erhoben? Und ihr wisst von Ahlus Sunnah wal Jamaah, strikt, strikt, strikt absolut verboten nach dem Keif, nach dem Wie zu fragen. Leista kamithi yishe. Nichts ist wie Allah, subhanahu wa ta'ala. Imam Malik ist zornig geworden. Schaut mal. Er sagte, al-keyfu min huayru ma'qul. Keiner weiß, wie. Wir verstehen das nicht. Ist auch nicht unsere Aufgabe. Wäre das wichtig, hätte Allah, subhanahu wa ta'ala, uns das gesagt. Aber es ist nicht unsere Aufgabe. Und es ist bekannt, wie er, subhanahu wa ta'ala, sich erhebt. Wal imanu bihi wajib. Und daran zu glauben ist Pflicht. Was su'alu anhu bid'a. Und die Frage danach ist bid'a. Wa adunnu ka sahiba bid'atin wa amara bihi faukhridj. Und er sagte die Frage danach, nach dem Wie, ihr seid die Murshab. Ihr sagt immer, aber wie, aber wie, aber wie. Allah redet. Aber dann bräuchte er Stimmbänder. Wer hat dir gesagt, Allah redet wie du? Allah hört nicht wie du. Du hörst ja nicht mal zu. Allah hört nicht wie du. Allah redet nicht wie du. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, ist überhaupt nicht wie du. Wann verstehst du das? So wurde er rausgeworfen. Imam Malik hat ihn als einen, der Leute der Neuerung bezeichnet und hat ihn rausschmeißen lassen. Und so geht man um mit Leuten, der bid'a. Nicht, weil Imam Malik nicht die Position hatte, mit ihm zu diskutieren, aber vielmehr, weil diese Person ein Irrigender war. Jetzt kommen wir zu eurem Lieblingscheikh Yahwash. Ah, Schafi'i. A'udhu billah, wie ihr lügt, dass ihr ihm folgt. Jetzt nennt uns dann demnächst Schafi'i. Allah, ein Stich in deinem Herzen, Yahwashi. Das glaubst du dir nicht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ein Verhältnis von Schafi'i. Es ist in Al-Itschema'i, Al-Jusuf, Al-Islamiyah. Das ist von Schiechul-Islam, und auch in Mejmualen-Fatawa. Und Al-Zahabiyu, hat das in seinem Buch Al-Ulu übertragen. Was sagt der Schafi'i? Er sagte, Er sagte, die Aussage von den Leuten der Sunnah, auf der ich mich befinde, und unsere Gefährten sich befinden, und die Leute von Hadith sich befinden, und ich habe das gesehen, und das ist meine Ansicht, sagt er, wie die Ansicht von Sufjan, das heißt Ibn Uweina, und von Imam Malik, natürlich das Glaubensbekenntnis, La-Ilahe-Illallah, Muhammad Rasulullah, das gehört zu unserer Religion, und dass Allah, Allah, sich über seinem Thron befindet, der über den Himmeln ist, und er, subhanah, nährt sich seinen Dienern, wie er will. Wir wissen, mit seinem Wissen, ist Allah, subhanahu wa ta'ala, bei seinen Dienern. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى يَنْزِلُوا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كَيْفَ شَاءٌ und dass Allah, subhanahu wa ta'ala, im letzten Drittel der Nacht, zum untersten Himmel herunterkommt, wie er will. Nicht wie du und ich denken, Allah wird nicht nach dem Wie gefragt. Allah wird nicht nach dem Wie gefragt. Okay. Und dann Imam Ahmad, rahmatullahi aleyh, und dieses hat ebenfalls Sheikh al-Islam überliefert, und auch ja, al-Darimi, rahimullah ta'ala. وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ إِبْنُ أَحْمَدْ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِي دَسِحَهِ عَنْ إِبْنِ الْمُبَارَكْ عَنْ إِبْنِ الْمُبَارَكْ sozusagen, sozusagen, bezeichnen. Dann sagte Abdullah ibn al-Mubarak, بِأَنَّهُ Ahmad. Und in einer anderen Überlieferung, er wurde gefragt, Imam Ahmad, über die Aussage von Abdullah ibn al-Mubarak, und er sagte, das ist unsere Religion. Also, indem er zugestimmt hat. Schaut mal. Nur al-Zahabiyu hat die Leute eingeteilt. Er sagte, damit wir wissen, wer diese Leute sind. Er sagte, das was die Aussage der Jahmiyyah ist, an Allah tabaraka wa ta'ala fi jami'in amkida. Allah ist überall. Wer sagt das? Die Jahmiyyah. Allah ist überall. Er sagt ta'ala Allah an qawlihim. Allah erhaben ist er über das, was sie über ihn sagen. وَمَقَالَتُ مُتَأَخِّرِ الْمُتَكَلِّمِينِ Und was die Philosophen danach anbetrifft, das heißt مُعْتَزِلَ وَمَتُرُدِيَّ 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 وَالْأَشَعِرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى لَيْسَ فِي السَّمَاءِ وَلَا عَلَى الْعَرْجِ وَلَا عَلَى السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا دَخِلِ und so weiter und so fort. Die sagen, weder ist Allah oben, noch ist Allah unten, noch ist Allah recht, noch Allah links, noch innen, noch außen. Wo ist Allah? existiert er nicht für euch? Und dann, wenn du ihm sagst, was Ijma ist, haben wir gehört. Wir hören jetzt den Ijma. Wenn Allah über dem Thron ist, dann, subhanallah, sagen sie dir, er hat einen Ohr zugeschrieben. Habt ihr jetzt gelernt, liebe Geschwister? Die wollen nicht bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist und wer sagt, Allah ist nicht über dem Thron, dieser hat den großen Koffer begann. Aber natürlich, anders als die Ahbah, wir wissen, wir belehren sie erstmal und wenn sie darauf beharren, mit ihrer Aussage, dass sie nicht davon zurücktreten, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist, dann sind sie Koffer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Tayyip. Hören wir ganz kurz drei Leute, die den Ijma übertragen haben. Einmal Ibn Battah, rahimu Allah ta'ala, 387 nach Rija gestorben. وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الصَّحَابَ وَالْتَابِعِينَ وَجَمِعَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ عَلَى عَرْشِي über seinen Himmeln und getrennt von seiner Schöpfung ist. Al-Ibana tul-Kubra. Und dann, liebe Geschwister, وَرَوَى الْحَاكِمْ عَنِ الْأَوْزَعِ Al-Hakim überliefert von Al-Ausai. Ebenfalls ein Tabi. Schaut mal, dass er den Ijma' der Tabi'in hier deutlich gemacht hat, der Schüler der Sahaba. رَحِمُ اللَّهَ تَعَالَ قَالَ كُنَّ وَتَابِعُونَ Er sagte, wir und die Tabi'un. Das heißt, die Schüler der Sahaba. كُنَّ نَقُلْ Wir haben gesagt, إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ فَوْقَ عَرْشِ وَنُؤْمِنُوا بِمَا وَنُؤْمِنُوا بِسِفَاتِ Und er sagte, wir, als Tabi'un, wir bestätigen Glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist und wir glauben an seine Eigenschaften, das heißt, die überliefert sind. Dieses wurde von Al-Beyhaqi, noch ein Stich in eurem Herzen, Ahbash, von Al-Beyhaqi überliefert in Al-Asma wa s-sifat. Und Al-Dhahabiyu, rahimullah ta'ala, sagt, diese Überlieferung ist authentisch, auch Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala. Und dann die letzte Aussage, ebenfalls von einem großen Imam, Ishaq, rahimullah ta'ala, er sagte, in dem er diese Ayah kommentierte, der Al-Abaama hat sich über den Thron erhoben, er sagte, إِجْمَعُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ سَوَى وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَسْفَلِ الْأَرْضِ السَّابِحَ Er sagte, der Ijma' ist gefangen, alle muslimischen Gelehrten haben eine gleiche Ansicht darüber, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist und er weiß, was unter der Erde ist, وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَسْفَلِ الْأَرْضِ Und er weiß, was im tiefsten der Inneren passiert, den sieben Erden, denn es gibt auch sieben Erden, wie auch sieben Himmel, liebe Geschwister. Zwei Wörter noch, dann beenden wir, بِإِذْنِ اللَّهَ تَعْلَى. Erstmal, أَدِي أَحْبَحِ Löscht eure Kanäle, macht Taube, ich meine das im Ernst, und folgt unserem Kanal. Aber ich glaube, Heer inshaAllah. Auf jeden Fall. Ihr könnt noch die zwei Bücher gewinnen, von Sheikh al-Islam ibn Taymiyya. Und dann wünsche ich euch einen schönen, ruhigen Abend. Heute habt ihr bestimmt viel in euren Kreisen zu diskutieren. Vielleicht schlägt ihr die Bücher auf, anstatt dass ihr was anderes macht. Ihr wisst schon, was ich meine. Wer die Ahbahs kennt, weiß genau, was ich meine. Und ich sage euch nur hier, man kann sich irren, aber wenn man bereut und zur Wahrheit zurückkehrt, Allah wird das annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch zur Reue lenken. Und das nächste Mal, بِإِذْنِ اللَّه تَعْلَى, wird noch ein schweres Schwert gegen die Ahbahs gezogen. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.